Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Let's Battle Ihr hört, es ist der Kulte dabei, der wird so klein Ja krasse! Diesmal dabei, der Lenny Hallo Er ist nur dabei, weil er 3er machen kann Ja, das sollte sich ja so anhören Ja, fang mal mit 5 an, oder? Ja, mach von mir aus Ok, fang mal mit 5 an Alter Glück Lach nicht so doof Nehmt ihr jetzt mal 5 an? Hab ich doch Was? Nein, ich wollte wieder... Haha, ich bin der Beste! Oh, scheiße! Oh, mein iPod ist so doof Ja, ihr müsst wissen, ich bin super reich Ich hab 5 Computer, 39 Bildschirme und 19 iPods Und 107 iPhone 7s Für 6 Oder welches iPhone ist das neueste? 5NF 5NF Okay, das ist 5NF 107 5NF Hä, da hast du auch das Beste geschützt, oder? Life & Fail Ja Ich, äh, äh... Bei mir fehlt nur noch, äh, Dings, glaub ich Äh... Nückel Oh, scheiße! Jetzt dreht er sich... Oh, der dreht er sich gar nicht Drehen wir es alle Liebe Zuschauer, schreibt sie jetzt in die Kommentare Soll ich ihn abschießen? 5, 4, 3, 2, 1... Ja! 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 Okay! Dann schieß ich in den Motor! Oh, was willst du denn stehen? Denk sich zieht jetzt nicht der Motor, ey Wo fangen wir rum? Ja, wo ist denn der eigentlich? Ey, Dingsi! Keine Ahnung Friss meinen Staub! Staubfresser Ey, du Scheiß, Marcel, da... Oh, hast du einen besseren Motor wie ich, oder was? Hört mal auf! Wir fahren weiter Ich schieße dich halt ab, Andi Jetzt rückwärts Dann schieße ich dich halt ab, Andi, wenn du so schön vor mich fährst Geh weg! 3 2 1 Die letzte Zahl heißt Ich schieße echt Schau mal, wie schwul der schaut Du Idiot Das war ich nicht! Das war ich nicht! Hey, das war ich echt nicht! Ist mir auch egal Hat dich ja keine von uns abgeschossen Deine Arme Du musst mal besser aufpassen! Das hat nichts gesagt Du kannst dir auf den Schiff Wir fahren weiter Im Sommer Wir fahren weiter Im Sommer Wir fahren weiter Hast du schon... Oha! Schmanz-Lucha! Du hast mir hier meine Kills! Ich hab damit angefangen, den abzuschießen und dann schießt du einfach weiter! Ich schubst dich! Ich schieße nicht mal! Ich schieße die ganze Zeit! Wieso sind wir hier drin? Wir ziehen alle an uns an! Ja, was weiß ich! Weil wir eine Wegegang haben oder so! Verpiss dich! Da weg! Ja! Ja! Gegenfallzeit ausgeschaltet! Mach ihn an! Weglauen ja alle geht's! Scheiße! Es sieht doch mal schon auf die Leichen! Alter, voll der SPS leckt gerade! Boah, 334 Schaden gemacht! Wieso hab ich denn nichts abgezogen? Weil du nichts kamst! Ich schieb sie an Zeit und er zieht nie was ab! Will der mich verarschen! Sie gehen in das Ding rein! Sie dumm! Geh du doch! Psch! Mach ich auch! Ah, jetzt sind die FPS wieder da! Sorry, dass ich grad weg war! So! Wo warst du weg? Wo warst du? Nein! Ich war die ganze Zeit da! Sollst du nicht weggehen! Mann! Wir sind in der Aufnahme! Oh! Zeug ausgeschaltet! Ihr Schwuchte! Alter! Capp nicht! Ich will die alle killen! Ich will die alle killen! Ich will die alle killen! Ich schwöre wenn du den 4er killst! Fick ich dich! Ich bin ein 4er ist doch nur ein 2er! Nein, das ist mein Klingelor der Idiot! Ja, das war ich. Alter, komm, ich drück jetzt hier die ganze Zeit, wir haben mein Fenster gepackt. Oh, ich habe den Mann jetzt. Ich habe dem so viel abgezogen und jetzt schieß den wieder irgendeiner ab. Oh, scheiße, man. Ich sollte die A20 gehen anstatt der T34. Dann kriege ich wenigstens noch ein Geld. Macht meine Gun 340 Schaden. Nein. Wir stecken fest. Ich bin tot. Verdammt. Ja, klar, von einer Seite nicht. Ich bin bloß dumm PZ-3-4-Kellner, dann. Hallo, ich bin. Mein erster Führer. Go, 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 go. Gebt ab. Schöner nebengeschossen. Wer hat sie? Der hat beide daneben geschossen. hat er nicht gekippt oder auch voll zu verhalten was er viel weniger schaden als ich ich mache ich jetzt mit dem 3 das war nicht alles abgezogen auch im Leben der Fall ist der Fall im Hintergrund der Gegner 20 und 34 und manche hat nur ein Kiel ja er hat auch er hat mir eine geklaut ich hab ich hab noch mal ja ich hab da ich will sich über der obert weil ich hab sie man hat 6 6 766 erfahrung und wenn er die lehrt aus 300 es entschuldigt okay noch eine Runde 6 ok dann nehme ich mein Jagd BZ 4 Justin Juju Deine Gesichter mach dir mal bereit ich bin bereit du bist nicht bereit ja ich muss auch nicht bereit sein ich bin der Duper von mir nimmst du ich nehme den Panzer 4 Jagdpanzer 4 den 6er nicht mehr hey wie heißt du ich Lennart nein ich meine WOT ja lieben Faden siehst du doch was heißen das ja keine Ahnung in mir war irgendwas ich würde eigentlich das Leben da Fehler schreiben aber das ist auch gut ich bin der ich bin mit einem Jagdpanzer besser als hier dafür bin ich mehr Kills wie du das war schlimm ja ok ich hab für alle die mich nicht kennen ich bin schlecht ich bin seit drei Jahren und hab nur 15 Kills ich schieß jetzt ich schieße jetzt äh äh wen schieße ich ab den erb jota 96 ja auch wenn er hinter mir steht doch nicht wieder in der Kaul mit der Besprete ey egal ich fick dich man Kette und dann ficken wer auf mich zu schubsen schrot oh wichser verpisst euch was machen wir da wir machen hier ein 1 2 3 4 soll ich ihm ne Kette runterschließen ja man ich bin nah der ist zu nah dran ich bring mich vor euch in Sicherheit Zeit du sollst nicht mich schubsen bis er dann noch schießt schau mal schau mal ja ja schimpf ey der provoziert wow wer hat hier geschossen wir sind gleich tot ich weiß dass wir gleich tot der bleibt aber auch nicht aber die sind zu dumm zu schießen ok sie können mich auch hier von hier jetzt besser der gleiche kommt so eine perfekte KV 1 S darüber oder so eine T-150 und Bonn splittet mich hier mit ihren 15 Milliarden Schaden ach, der gilt mischgerecht Leute tue du nicht doch viel Leben habt ihr noch ich will letztes Ende ja also wie der Lichter geht ist das dumm, der steht in den Berg und trotzdem ist er auch komm jetzt fährt er rüber und ich fang ganz zu lecken hier nein, das klappt nicht hey, schau mal was ich mache, man oh ja, schön, oh na oh fuck, was hab ich gemacht ich hab euch hier vordrängelt oh, der zielt auf mich Ui Willkungsrat Euro 50 kein Schaden ich bin immer noch bei dem dran was machst du für ein Scheid? oh jetzt wird er sich verpissen n großen Scheid verpissen da ist ne T28, die macht selbst kill aber das lasse ich nicht zu oh, schieß ihn ab nein ich schieß den ja ja, sterb, sterb hä, soll ich ihn verbrennen? wir sind erledigt, raus hier oh, jetzt will er mich nerven na klar jiii ich schieß dich ab mich? mich? na, alter ich bin Tank Destroyer oder so ne Kaka aber ja, komm, komm, noch ein Schuss und du bist dort nixer ich hab mir boah boah nein ich ausrosten oh, der will nicht mehr das ist dein Ziel nein, dieser ähhh Alter das war okay, dass man ne Komplett denn das war verdammt nicht bin tot nein oh, komm, das ist der war 5%-td die Schottchen zur Drogen gegenüberliegen die Schottchen zur Drogen gegenüberliegen die Schiezer von der Gärten die Schiezer von der Gärten 2 wie der Kf1 der Kf1 bildet die Schmerzen wenn die Kf1 schreitet werden naja er kommt man von hinten hey die Schweine kommt von hinten nein der Kf1 kommt von hinten Ufa ich komm jetzt nicht mehr weg Oh, er macht ja noch Fahrt vor. Die schießen immer auf meinen Motivationsnager. Er will dich jetzt Deckung benutzen. Wie geil. Ich dachte gerade, der KV-1 hätte dich gekillt. Der KV-1 hat mich gekillt. Echt jetzt? KV-1-S hat mich... Ja, aber da... Ach ja, der. Ach, ich verstehe. Ich meinte, die KV-1, die hinter dir steht. Sagst du nichts zu dem, Andi? Der spricht auch schwul, ja? Nein, der spricht schwul.